Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. In diesem Video geht es um den Draytec Vigor 2860 ACB. Das heißt, wir gucken uns den in diesem Video mal genauer an. Der Inhalt des Videos wird folgender sein. Zuerst machen wir ein Unboxing von dem Router, im Anschluss die Grundinstallation. Danach gehen wir das Thema Firmware Upgrade mal genauer an und dann kommen wir noch zum Punkt IP Adresseänderung. Damit fahren wir mit dem Unboxing fort. Wir beginnen mit dem Unboxing des Draytec Vigor 2860 AC Routers. Dazu öffnen wir zuerst mal die Verpackung. Das heißt, wir schieben hier hinten den Riegel raus und können dann das Ganze öffnen. So sieht das Ganze dann aus. Wir haben hier einmal so eine Karte, die lege ich erstmal zur Seite. Hier haben wir dann direkt zentral das Gerät, also den Draytec Router. Man sieht hier auch dann direkt die Anschlüsse. Zwei USB-Anschlüsse, VDSL bzw. ADSL, ein Gigabit-Warnanschluss und dann nochmal sechs normale Gigabit-LAN-Anschlüsse. Also schon relativ üppig. Hier seitlich sind dann die ganzen Lampen, Factory Reset und der WLAN-Ausschalter. Dann öffnen wir den. Dazu ziehen wir hinten den Aufkleber ab. Wir müssen hier das Ganze mal kurz auseinanderziehen und können jetzt den Router dann auch rausziehen. So sieht der Router dann aus. Hinten sieht man dann nochmal die Antennenanschlüsse. Drei Stück an der Zahl, ein On-Off-Schalter und Power-Anschluss. Ja, legen wir den Router erstmal zur Seite und gucken uns die weiteren Sachen mal an. Ich hole mal die Folie da weg. Wir haben dann hier noch einen Hinweis bezüglich Reklamationen. Ganz interessant. Sehr geehrter Kunde, über 90% aller Reklamationen sind leider auf Bedienungsfehler zurückzuführen und können ohne Probleme kurzfristig behoben werden, sofern sie sich telefonisch oder per E-Mail mit ihrem Händler in Verbindung setzen. Also auch nochmal ganz interessant als kleine Info. Dann fahren wir vor und öffnen hier seitlich den Bereich. Jetzt haben wir hier einmal ein paar Kabel. Gucken wir uns mal genauer an, was das so ist. Wir haben hier zuerst ein Kabel. Ich mache das Ganze auch mal gerade auf. Das ist dann ein Stecker TAE auf RG45 für den DSL-Anschluss. Dann haben wir noch ein zweites Kabel hier. Das sind zweimal RG45 auf RG45, aber auch, sieht man in der Belegung, dann auch für den DSL gedacht. Lege ich auch mal zur Seite. Ja, und dann haben wir hier noch ein ganz normales Gigabit LAN-Kabel. Ja, was haben wir noch? Wir haben hier noch eine weitere Verpackung. Ich vermute mal, dass das Netzteil da drin ist. Machen wir gerade mal kurz auf. Ja, und das sieht doch so aus, als wäre das ein Netzteil. Ja, genau so ist es. Das ist das Netzteil von dem DrayTag. Was sind da für Specs zu sehen? Das hat eine maximale Leistung hier von 24 Watt, sehe ich gerade. Also da gucken wir dann auch vielleicht mal, was verbraucht der DrayTag. So, was haben wir noch? Ich räume mal gerade die Sachen weg. Dann heben wir mal gerade den Karton an. Da ist da noch irgendwas drin, ne? Ah, hier am doppelten Boden. Ah, hier haben wir noch was. Drei Antennen. Dann haben wir noch, sagen wir mal, für Wandmontagehalterung. Was haben wir noch? Wir haben noch eine Anleitung. Schauen wir mal ganz schnell rein. Das ist eine Schnellstartanleitung, okay. Ja, das ist doch solide. Ja, das war es auch schon, so wie ich das sehe. Ja. Also das ist alles, was bei dem DrayTag dann dabei liegt. Ja, jetzt ist es natürlich immer interessant, wie läuft eine Installation von so einem Gerät ab. Also grundsätzlich ist, da müssen wir natürlich erstmal hinten die Antennen anschrauben. Das heißt, wir holen die jetzt auch nochmal aus der Verpackung raus. Das sind schließlich drei Stück. Wir können die ganzen mal hier hinten so anschrauben. Also das ist relativ einfach zu handeln. Die Antennen lassen sich dann trotzdem noch so ausrichten und dann entsprechend so klappen. Das können wir dann mit allen drei Antennen machen. An den Antennen steht noch drauf unten, dass die für 2,4 GHz Frequenzband und 5 GHz Frequenzband geeignet sind. So, und damit haben wir die Antennen schon mal aufgeschraubt. Dann brauchen wir natürlich, müssen wir nachher natürlich noch den DSL-Anschluss anbinden. So, das heißt, das machen wir zuerst. Wir stellen natürlich erstmal die DSL-Verbindung her. Dazu stecken wir dort den DSL ein. Und dann müssen wir natürlich noch die Stromverbindung herstellen. Das machen wir dann einfach hier hinten. Also da, wo wir eben den Stromanschluss gesehen haben. Das müssen wir machen und dann natürlich noch den Stromanschlusshalter betätigen. Also auf ON natürlich. Ja, man sieht, dass sich jetzt seitlich bei den Lampen schon einiges tut. Diese blinken dann schon mal. Wir wollen natürlich noch gerade LAN herstellen. Dazu gehen wir einfach in den ersten LAN-Port zum Beispiel rein. Das machen wir auch noch. Und damit sind wir mit der Hardware-Installation soweit eigentlich fertig. So sieht der Router dann fertig aufgebaut aus. Und damit beginnen wir dann auch schon mit der Einrichtung. Wir beginnen mit der Konfiguration des Stratec Vigor2860. Auf den LAN-Ports ist im Auslieferungszustand die IP-Adresse 192.168.1.1 konfiguriert. Und natürlich ein DHCP-Server aktiv. Einloggen tun wir uns dann mit dem Usernamen Admin und dem Kennwort, das genauso lautet. Dann drücken wir auf Login und loggen uns damit in die Benutzeroberfläche ein. Nach dem Login finden wir uns auf dem Dashboard wieder. Hier haben wir erstmal eine Übersicht über den Router als solches. Also sprich, man sieht hier die ganzen Lampen, wie die leuchten. Man sieht, welche Ports gerade belegt sind. Wir haben jetzt nur den ersten Gigabit-Port aktiv. WLAN ist hier aktiv. Auch die Knöpfe sind sichtbar. Hier sieht man dann noch in den Systeminformationen weitere Infos. Welcher Router-Typ natürlich, welche Firmware-Version aktiv ist und so weiter. Also mehrere Daten direkt im Überblick. Zur grundsätzlichen Einrichtung gehen wir folgendermaßen vor. Am schnellsten geht das Ganze mit den Wizards. Dazu gehen wir links auf Wizards. und können dann einen der Wizards nacheinander zum Beispiel durchgehen. Wir nehmen jetzt einfach mal schnell den Quickstart-Wizard und richten damit den Router ein. Als erstes wird hier das alte Kennwort abgefragt. Warum? Ganz einfach. Es soll natürlich direkt zu Beginn ein neues Kennwort vergeben werden. Das macht auch auf jeden Fall Sinn, denn das Standard-Kennwort ist natürlich nicht besonders sicher. Nachdem wir dann ein neues Kennwort eingegeben haben, gehen wir hier auf Next und finden uns dann in der Warenkonfiguration wieder. Wir haben hier die unterschiedlichen Wareninterface. Waren 1 ist dann zum Beispiel der DSL. Ich wähle jetzt jetzt mal als Beschreibung aus Telekom Entertain DSL oder VDSL Anschluss. Dann haben wir den Punkt DSL Mode. Dieser steht auf Auto. Das könnten wir auch so lassen. Wir können aber auch, wenn wir wissen, hey, wir haben eh einen VDSL Anschluss, dann können wir natürlich den auch direkt auswählen. Dann haben wir hier noch den Punkt VLAN Tag Insertion. Da wählen wir aus Enable und geben als Tag Value dann das VLAN 7 ein. Danach gehen wir auf Weiter, also beziehungsweise auf Next. Hier können wir dann auswählen, wie Waren 1 angebunden wird. In dem Fall wäre es zum Beispiel bei einem ganz normalen VDSL Anschluss natürlich eine PPPOE-Einwahl. Wir haben eine dynamische IP-Adresse, in dem Falle die DNS-Server können wir so lassen. Das sind jetzt die Google-DNS. Man kann natürlich auch die DNS-Varianten des Anbieters nehmen oder auch andere verwenden, ganz nach eigenem Belieben. Als nächstes gehen wir dann wieder auf Next und dann haben wir hier die Möglichkeiten, das Ganze grundlegend einzurichten. Als erstes können wir das Ganze dann namensmäßig benennen. Ich nenne das jetzt mal ganz schnell Telekom. Dann haben wir den Usernamen. Dieser setzt sich natürlich je nach Anschluss-Typ, beziehungsweise je nach Anbieter auch unterschiedlich zusammen. Bei der Telekom ist das zum Beispiel folgendes. Man gibt die Anschlusskennung ein, dann im Anschluss die Zugangsnummer, dann die Mitbenutzernummer und dann at t-online.de. Dann als Kennwort natürlich das persönliche Kennwort. Und das müssen wir dann natürlich nochmal bestätigen. Danach gehen wir auf Next. Hier sehen wir dann nochmal die Übersicht von den Sachen, die wir eingestellt haben und gehen dann auf Finish. Danach sind wir mit dem Quickstart Wizard schon soweit durch. Danach fliegen wir wie eben gesehen raus und müssen uns dann nochmal neu einloggen. Dann finden wir uns auch wieder im Dashboard wieder und können jetzt auch schon die nächsten Sachen einrichten. So, nachdem wir jetzt alle Kabel gesteckt haben, fällt uns hier auf, dass die Synchronisierungsrate relativ niedrig ist. Also es handelt sich hier um einen 50.000er Anschluss und wir haben jetzt nur 21.000 Down und 1.400 Upload. Das ist natürlich deutlich zu wenig. Das hat natürlich einen Hintergrund. Ich vermute jetzt erstmal, das liegt an der Firmware, weil die ist halt noch relativ alt, die drauf ist. Das heißt, wir machen jetzt erstmal dann ein Firmware-Update. Dazu gehen wir dann links in System Maintenance und hier dann auf den Punkt Firmware-Upgrade. Dieser Punkt ist relativ weit unten, der vierte Punkt von unten. Hier gehen wir dann auf Durchsuchen, um die Firmware dann auszuwählen. Dann kommen wir damit auch schon zum Thema Firmware. Ich zoome jetzt erstmal ran, weil da gibt es zwei grundlegend unterschiedliche Versionen. Einmal SCD, also Standard und einmal VT für Vectoring-Anschlüsse. Ich wähle jetzt hier mal die Standard aus. Und auch hier gibt es dann nochmal Unterschiede. Und zwar gibt es ALL und RST-Firmware-Version. ALL ist ein ganz normales Upgrade der Firmware-Version. Bei der RST-Firmware wird dann auch noch die Konfiguration am Gerät komplett gelöscht. Ich wähle an der Stelle die ALL-Version aus und mache damit ein ganz normales Firmware-Upgrade. Dann klicke ich noch auf Upgrade und damit beginnt dann auch schon das Update. Als erstes wird die Firmware natürlich hochgeladen. Das dauert dann erstmal einen kleinen Moment. Danach wird man dann aufgefordert, das Gerät zu restarten per Button, um dann das Update auch wirklich durchzuführen. Das heißt, wir drücken jetzt Restart, bestätigen das Ganze nochmal und damit startet das Gerät neu. Das Gerät braucht ca. 10 Sekunden, um hochzufahren. Das ist natürlich ziemlich schnell und danach können wir ganz normal wieder auf die Web-Oberfläche zugreifen. Dann loggen wir uns ganz normal wieder ein und haben damit wieder das offene Dashboard. An der Stelle dauert es natürlich einen Moment, bis der DSL wieder synchron ist. Das ist ja klar, das dauert einen Moment. So, jetzt sieht man leider, dass der DSL immer noch mit 21.000 synchron ist. Deswegen werde ich jetzt einfach mal eine der Vectoring-Firma-Versionen ausprobieren, um mal zu gucken, hey, verändert das irgendwas? Das heißt, ich werde in dem Fall die VT4 installieren, auch wieder als ganz normales All-Upgrade. Führe das Update jetzt dann nochmal durch und dann gucken wir, ob sich danach irgendwas ändert. Das heißt, wir führen jetzt natürlich den nächsten Restart dann wieder durch. Das dauert dann natürlich wieder einen kleinen Moment. Wir müssen uns dann wieder neu einloggen in das System und dann schauen wir mal, ob sich da irgendwas positiv ändert. Und tatsächlich, nach kurzer Zeit ist das Gerät dann wieder synchron. Es ist jetzt mit 55.000 synchron und 10.000 im Upload. Das heißt, jetzt funktioniert auch der VDSL-50-Anschluss. Das ist an der Stelle nochmal, denke ich, eine ganz wichtige Info, dass man da gegebenenfalls mit der Firmware ein bisschen probieren muss, welche Firmware dann in Kombination mit meinem DSLAM dann optimal funktioniert. Also das ist noch ein kleiner Zusatz. Dann betrachten wir noch einen Punkt ganz kurz und zwar die IP-Konfiguration des StrayTag-Routers. Ihr habt sicherlich schon gesehen, dass ich die geändert habe. Das geht folgendermaßen und zwar links auf den Punkt LAN, hier auf General Setup. Und dann können wir hier in dem Index LAN 1, das ist die Standard-Konfiguration, auf die Tales-Page gehen und können dann hier die IP-Adresse sowie den DHCP-Server anpassen. Also hier kann man einfach dann die Adresse von dem TrayTag ändern und hier seitlich den DHCP-Server für die erste LAN-Gruppe, sage ich jetzt mal, anpassen. Hier habe ich jetzt einfach dann hier das angepasst. Das heißt, man gibt hier eine Start-IP-Adresse an und dann gibt man hier noch die Pool-Größe an, das heißt hier zum Beispiel 100. Das heißt, wir hätten jetzt hier von 100 bis 200 dann den Pool eingestellt. Dann geben wir hier noch die Gateway-IP-Adresse an. In der Regel wird das dieselbe sein wie hier unsere TrayTag-IP-Adresse, also unsere Haupt-IP-Adresse. Ja, danach einfach noch OK drücken und dann hat man die IP-Adresse-Konfiguration schnell und einfach geändert. Ansonsten sind wir damit mit der Grund-Konfiguration durch. Weitere Sachen werden wir dann in den nächsten Videos genauer besprechen. An der Stelle verweise ich nochmal auf die Beschreibung. Hier findet ihr nochmal einige nützliche Infos oder Links. Damit endet das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Mal. Mal.